Hier hat ein Blutbad stattgefunden. Was ist passiert? Was ist passiert? Jonah, ich bin jetzt im Tempel. Ich glaub, wir haben hier auch was. Einige Zahlen. Ich überprüfe das. Die Zahlen auf den Säulen scheinen Anfänge von Daten zu sein. X-Chel ist links, Chuck-Chel ist rechts. Die Zahlen auf den Säulen scheinen. Und zwar jetzt. Die Zahlen auf den Säulen scheinen. Die Zahlen auf den Säulen scheinen. Noch eine Tür? Das kann nicht alles sein. Die Zahlen auf den Säulen scheinen. Hey, Jonah. Geht's voran? Ein unvollständiges Datum und eine Darstellung von Chuck Chell. Ich hab hier zwei Daten. Und x Chell. Das linke Datum kenn ich irgendwoher. Das Foto aus Cozumel. Vielleicht ist da ein Hinweis. In der langen Zählung der Maya besteht jedes Datum aus fünf Zahlen. Diese... Das Foto aus Cozumel. Vielleicht ist da ein Hinweis. Das Foto aus Cozumel. Vielleicht ist da ein Hinweis. Okay, Jonah. Was ist die letzte Zahl für Chuck Chell? War gerechte Linie mit zwei Punkten darüber. Sieben, oder? Danke. Das Fas. Jonah. Hey, Lara. Hier, Abby. Oh, hey, Abby. Hier ist eine Wandmalerei. Es stellt offenbar etwas wie eine Reise dar. Dem Zugang durch ein Jaguamaul folgt eine Schlange in Richtung des Silberauges. Aha. Unterwegs ist eine Spinne und ein Adler steigt zu einem Tempel auf. Okay, das meiste davon sagt mir nichts. Aber ich weiß, wo das Jaguamaul ist. Wirklich? Ja. Katzenskulptur. Große Zähne. Oh, er ist zurück. Lara, bist du okay? Ja, ich geh zurück. Gut. Das hier wird dir gefallen. Hm. Interessant. Das hier wird dir gefallen. Ja. Ja. Ich gehe zurück. Ah. Ah! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020